Hi Freunde, ein Mitglied unserer Community hat da ein Problem und ich würde euch gerne zeigen, wie man das mit der 1.6 lösen kann. Und zwar verkauft er differenzbesteuerte Artikel zu 0% und ganz normale Artikel zu 19%. Er sagt, der Gesetzgeber verlangt von ihm, dass er die auf zwei verschiedenen Rechnungen ausweist. Wie die Gesetzeslage da ist, kann ich nicht sagen, bin kein Steuerberater, bin auch kein Rechtsanwalt, aber ich kann euch sagen, wie es mit der 1.6 funktioniert. Ich habe einen Auftrag, in dem sind Artikel drin, zu 19% und zu 0% und ich möchte am Ende, indem ich alles verschickt habe oder vorher schon, zwei Teilrechnungen erzeugen. Auf der einen sind alle Artikel mit 19%, auf der anderen sind alle Artikel mit 0% drauf. Das geht mit der JTL-Wawi 1.6 und wie, das zeige ich euch jetzt. Es geht um diesen Forenbeitrag hier und zwar, was ich eben sagte, er müsste 0 und 19% Artikel auf unterschiedlichen Rechnungen ausweisen. Ich wollte hier gerade schon antworten, das klingt nach einem Fall für D1.6, aber dachte mir, hey, wir machen direkt ein YouTube-Video draus. Und ich habe hier eine Wawi offen, ich habe hier tatsächlich mal was vorbereitet. Hier ist ein Auftrag, da sind Katanas drin, zu 19% und gebrauchte Katanas zu 0%. Und hier gehen wir einfach auf Rechnung erstellen. Wir nehmen jetzt hier mal die komplette Rechnung. Es ist alles verschickt. Also wir gehen nicht über die gelieferte Menge. Und jetzt ist es relativ einfach. Ich gucke also hier, was ist 19% und schmeiße hier die 0% Artikel raus. Jetzt hier die Katana gebraucht, schmeiße ich raus. Speichere das Ganze und schreibe es hier fest. So, und dann gehe ich einfach nochmal hier drauf. Und jetzt sage ich einfach nur noch Rechnung erstellen. Er nimmt jetzt die Restposition, die noch nicht auf einer Rechnung sind und packt die auf die neue. So, und jetzt haben wir hier zwei Rechnungen. Einmal die 73. Das ist jetzt quasi das Katana und die Versandkosten zu 19% und hier ist dann unser Katana noch mal zu 0%. Und wir haben trotzdem nur einen Auftrag und der Kunde hier kann es so, wie er es möchte, quasi zusammen verpacken, verschicken, diesen einen Auftrag und getrennt in Rechnung stellen. Das geht mit der JTVAWI 1.6. Freut euch drauf. Applaus ist des Künstlers Lohn. Allerdings kann man hier nicht klatschen, aber ihr könntet mir ein Like da lassen. Das würde mir zeigen, dass ihr das Video cool findet. Und wenn ihr Bock auf mehr solcher Videos habt, abonniert den Kanal, dann seid ihr immer vorne mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020